Guten Abend und willkommen noch einmal zu MDR aktuell. Feuer an der Bastei, Rauchwolken über der Postkartenidylle. Auch in der sächsischen Schweiz hat die Trockenheit der letzten Monate die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ausgerechnet an einem der vielbesuchten Wahrzeichen des Elbsandsteingebirges brannte eine Waldfläche von 4000 Quadratmetern. Nicht sehr groß und doch verlangte der Löscheinsatz, der möglicherweise durch fahrlässige Brandstiftung nötig wurde, den Helfern alles ab. In dem Fall der verwahrlosten Kinder in einer Leipziger Wohnung wird erster Kritik an der Arbeit des Jugendamtes laut. Die CDU-Stadtratsfraktion forderte Konsequenzen. Nötig seien neue und effektivere Strukturen bei der Jugend- und Familienhilfe. Mitarbeiter der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft hatten vier Kinder zwischen zwei und 16 Jahren zwischen Müll und Fäkalien in einer Wohnung entdeckt. Die Kinder werden nach Angaben der Stadt derzeit vom Jugendamt betreut. Der wochenlange erbitterte Asylstreit. Am Ende hat er die Union aus CSU und CDU nicht entzweit, aber er hat sie Zustimmung beim Wähler gekostet. Das kam bereits gestern beim ARD-Deutschland-Trend heraus. Einen Tag danach fordert die konservative Vereinigung der Union, die Werteunion, die Ablösung der Kanzlerin. Es rumort also kräftig weiter im politischen Berlin und das könnte für die CDU in Thüringen und auch Sachsen zum Problem werden. Denn hier stehen 2019 Landtagswahlen an und viele Stammwähler sind längst abgewandert. Aktuell laufen sieben Europameisterschaften auf einen Streich und heute gab es die ersten deutschen Erfolge. Mehr von Stefanie Müller-Sperrer. Ja und das waren sie auch schon wieder, die Themen des Tages hier bei MDR aktuell. Thomas Globig schaut jetzt noch einmal mit Ihnen auf das Wetter am Wochenende und danach übernimmt das Riverboat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.